Boden Waaat? Hm? Steig bei mir in den Boden rein Ist ja egal Moment! Moment! Es ist Co-Pilot nochmal Einstein Alles gut jetzt Cops Hallo 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 Können Sie bitte den Helikopter auf? Ich verstehe den nicht Er zieht uns jetzt alle raus Hallo Ja wenn er sagt Hallo runter hat Ich verstehe den nicht Das ist der normalen Kontroll, wie alles geht Alter Dein fucking ernst Wirklich? Weiß grad wirklich sein ernst? Ey das geht in zur Porge Was geht da ab? Alter was ist los bei dir? Oh mein Gott Was ist los? Hat der? Ich weiß nicht Der hat dich jetzt einfach abgeknallt und die sind wieder gefahren Es ist ja nicht so als würden wir uns gegenseitig fighten Irgendwie ist es nur eine einseitige Sache Ich krieg hier die ganze Zeit eine in die Fresse und ich keine Ahnung warum WTF? Ey ich würde... Es geht in den Support, würde ich mal sagen Scheiß auf den Support Support geht es natürlich, aber was soll denn das? Ist noch nicht normal, oder? Nein